doch nicht ernsthaft wollte kurzstuhl das ist einfach eine kurzstuhl nein er ist ärgerlich mann hat eben vorgelegt mann ist ja wieder leben was du gleich wieder verlierst ja im moment so früh gesprungen ich hasse das nein das muss sein kommt das denn hier mit dem mit dem rollen schon näher kommt nicht hier ich bin der meinung ja das kommt nicht hier kurz bevor du brauchst bist näher das kommt glaube ich im nächsten danach ich glaube das war ein bisschen zu doll gewalt ach hey kam ja nur auch nur ein bisschen wenn du läufst dann springt er nicht ich glaube das liegt daran dass du nicht so viele tasten gleichzeitig drücken kannst ich weiß dass er dann aber nicht reagiert vielleicht heute zum mann naja hallo hallo heute jedoch habe ich leben wieder gut natürlich ist das hässliche wieder da ja die meisten abschnitte sind so mies gemacht die ich habe und ich habe ich habe das habe ich Aua! Ja, aber du hast ja auch genug Versuch bei dem Level gehabt. Hm. Das sind, ich hasse solche Baller-Level. Außer du kannst das Ding auswendig. Wo du nicht viel machen musst. Wo du nur eigentlich ins Fass reinspringen musst und ins nächste rein. Ja. Dann ja. Und tschüss. Unglaublich. Leertaste, hallo. Schon wieder bei der Stelle. Unglaublich. Ja, also manchmal habe ich den Finger rechts auf der Leertaste ganz außen, dann macht das manchmal nicht. Dann bist du doch ganz außen, dann macht das. Irgendwie spinnt die Leertaste. Das ist ja nicht richtig. Immer die Leertaste ist das. Na kommst du drüber? Nö, ich renne direkt in den rein. Hast du auch gesehen. Ja, Zendos macht wieder seinen anderen Trick. Box die beiden und holt sie dann das TNT Fass. Ja klar. Wieso nicht? Na? Wieso denn nicht? Yay. So hat das Levelverdienst einen Vorteil, dass du halt kein Leben im Fall ist. Ja, das stimmt. Tschüss. Weim nicht. Da warst du auch schon mal drin. Er wollte nicht springen, ich hab gedrückt. Ja, ja. Klar. Liegt an der Taste, ne? Wie war das bei mir? Nicht wirklich. Bei dir ist es nur, weil du das dumm dazu bist. Wie liegt es an der Taste? Das stimmt. Weißt du, wie ich mich ärger? Wieso? Nur so'n Scheiß? Ach, stell dich mal nicht so an. Jetzt kommt das Rättchen wieder hier. Oh, gleich rennt's wieder runter. Ach, schade. Und gleich fliegt's wieder runter. Oh. Oh. Nicht wieder runter rennen, ne? Oh. Man, hey. Lieber das holen, als... Oh, nicht ne Kokosnuss. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich da wirft. Oh, schnell, 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 schnell. Was warst du da? Das eine hat ja geklappt, dass ich... ...da durchrennen kann, aber so? Ah, scheiße, ey. Boah, wenn wir hier den Discount einführen würden, ne? Jackpot. Das kannst du aber knicken, dass wir das machen. Nein, ich mein ja nur jetzt. Wenn. Brauchen wir aber eh nicht. Ne. Hi, Koko. Hi. Tschüss. Tschüss, Koko. Ich mach hier den gleichen Trick, aber verliert Donkey. Oh. Und rennen da runter. Naja, komm, deck mich am Arsch. Du kannst auch, wenn du nicht ins Fass willst, kannst du auch gerade ausgehen, ne? Ich will aber nicht. Ich will die Bananen haben. Deswegen. Und direkt in den Reinspringen. Aua. 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 Jetzt hätt ich nicht warten auf dich, ne? Aua. 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 Na, wie ärgerst du dich gerade, hä? Ha, ha, ha? Nix. Kommt gut, oder? Ja. Du mich auch. He, 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 he. Oh, nicht verschlucken. Ich hast das irgendwie wieder nicht. Mh, mh. Vielleicht räumt er das gerade wieder zu weit. Oder was weiß ich? Und tschüss. Und tschüss. Oh, scheiße. Ich wollte noch den letzten Stoß geben, ne? Boah, wie klar. Wo ist das Baby? Da ist es! Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Da ist es! Oh, Baby! Du bist zu weh, ne? Du bist zu weh, ne, ey. Du bist zu weh, ne, ey. Ah, Manni. Ah, Manni. Ja, ja. Oh, du Kracker. Ja, ja. Oh, ich hasse... Das ist sowieso kacke. Warum? Warum? Einfach darum. Oh. Das war knapp, ja. Aber weg. Knacker, Mann. Ach, ja. Ja, da hätte ich die Schifftaste wieder loslassen sollen. In dem... Meinst du? Oh, das ist... Was ist das denn für ein fieser Scheiß? Kacke. Mann, hängen wir da jetzt dran dran. Wir haben gleich ne Stunde. Fünf Minuten noch. Ja. Naja, sagen wir mal sieben Minuten ungefähr. Hm. Oh, Mann. Wollte eben wieder mal annehmen zu springen. Nee, weiter nur darauf, dass irgendwas passiert. Ja. Ich frage einfach nichts anderes. Herrlich? Mhm. Er will bei mir nicht mehr. Ich hab schon wieder nur noch viel Leben. Ich bin jetzt muss aufpassen. Dass es halt kein, ähm, Lebenstransfer hier gibt. Ach, so wie bei Super Mario, weil... Ja. Das wär ja eigentlich auch noch zu zweit, ne? Oh nein. Wieso? Retro Game momentan? Ja, können wir auch mal machen. Also nicht nur Retro Games, auch unseren normalen Games dazwischen, ne? Ja klar. Aber auch mal so ein bisschen Retro Games dazwischen. Und wir zwei Chaoten ist doch der größte Spaß. Der größte Spaß? Da verliert man eher. Aber wir verlieren keine Lust da dran, das ist das ja. Oder? So. Komm der Knackermann hier. Aber wir verlieren ja unsere Lust nicht mal da dran. Ne. Ey, das hast du ja mal super gemacht. Das wollte ich auch die ganze Zeit... Warum? Mann! Oh Mann ey. Du gesaved hattest du noch zu einem bestimmten Zeitpunkt, ne? Okay, weil wenn man... Wenn ich wirklich ganz weg bin mit einmal, dass du... Ich glaube, du hast dann fünf oder sechs Leben. Ach ja, hier war das. Jetzt habe ich es geschafft. Hey, hab mein Leben wieder. Juhu! Ehrlich? Ja. Ich habe, glaube ich, gerade mein Mikro verschmiert. Mikro und... Ja, ich bin gleich fertig mit dem Essen. Hä? Was futterst du eigentlich? Ähm... Also Sandwich Stoß. Ach ja. Aber mit zwei Scheiben Käse drinne. Die extra für Sandwich Stoß sind. Zwiebeln. Yeah. Damit ich heute Nacht Freude habe. Und mich selbst wärmen kann. Hau da ab! Rad! Und Salami. Okay. Und der Käse... Mit zwei Scheiben, Alter, ist schon extrem. Hast du das Mikro reingesteckt schon in den Sandwich, ne? Ja, irgendwie... Jetzt ist das da drinne. Ach so. Was war das denn jetzt? Ach so, der... Der fährt sich damit ab. Ja. Ah. Ja, irgendwie ja. Ich würde drüber kommen. Würdest du? Könnte ich sogar. Nein! Oh, ich muss grad zu oft die Leavtaste haben. Oh, nicht mein Frosch. Okay. Nein! Nein! Ich hoffe, Gott! Ach man! Dahinter ist wieder diese scheiß Rad. Ich glaub, die Leute, die jetzt schon... Die haben jetzt schon ausgeschaltet. Aufgestanden. Und mit dem Kopf gegen die Wand gehen. Und mit dem Kopf gegen die Wand reinfrauen. So, Blödheit. Boah, leck mich. Ich will mein Leben wieder haben. Mh-mh. Mh-mh. Doch. Wenn du gut bist, würde ich danach die Bananen nehmen. Ah ne, die kostet jetzt schon wieder Leben, ja. Naja. Schon wieder zwei. Ja, ne? Cool, ne? Ja. Findest du? Cool? Findest du's gut? Und speichert gleich, wenn du... Ne, hast du fünf... Findest du's gut? Da drüben? Ich weiß nicht, ob da was ist. Ne. Ich meine, irgendwo war noch was. Boom! 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 Und nochmal ein paar Wanner. Tschüss! Bananana! 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 Boah, ich hasse diese Fässer. Uh, das war knapp. Ich weiß, das hab ich gesehen. Diese Fässer gehen, aber wenn das hoch und runter... Das ist beschissener. Bah! Dummer Dreck! Das ist scheiße, ne? Das war zu spät. Das war wirklich zu spät. Du hättest sofort eigentlich durchdrücken können. Ja. Oder einfach mal...